Ich bin die Beatrice Ries, ich bin 33 Jahre alt, ich spiele bei Jesus Christ Superstar einer der drei Soulgirls und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also Jesus Christ Superstar ist, glaube ich, für jeden Musicaldarsteller eine Bedeutung. Eine Geschichte kennt, glaube ich, die ganze Welt, mich behaupten und die Musik ist einfach, auf Englisch sagt man, breathtaking, also atemberaubend. Tatsächlich, dass das hier gespielt wurde, da bin ich vom Haus drauf angesprochen worden, ob ich nicht Lust habe mitzumachen. Der Mann macht schon tolle Musik und da sind viele, viele Stücke, wo man da einfach steht und sagt, mit Recht bist du Andrew Lloyd Webber und mit Recht hast du überall diese Stücke laufen. Also das ist ein kreativer Mann, den kann man, ich glaube, den kann man auch nur respektieren. Magdeburg hat für mich eine sehr besondere Bedeutung, weil ich ja vor zwei Jahren hier her spielen durfte als Genie und da war die Cast auch schon sehr, sehr special. Also und auch nicht nur die Cast, sondern auch die Crew und als ich dann hier unterschrieben habe und dann auch hier sofort am ersten Tag rein und ich sehe die ganzen Gesichter, egal ob Requisite, Tontechnik. Ich freue mich so sehr, weil auch Magdeburg, das habe ich auch gar nicht so oft, dass ich auch noch mal wohin komme und sofort genau weiß, wo alles noch ist. Und ich fahre hier rum mit dem Fahrrad oder mit dem Auto und ich kenne Magdeburg. Also das hatte für mich so einen wichtigen Schnitt in meinem Leben, weil das Herder Stück sehr, sehr wichtig für mich war. Und dadurch, dass ich dann wieder nach Magdeburg kommen durfte, das habe ich letztens auch noch im Theater erzählt. Das ist ein bisschen wie ich nach Hause komme, weil die Menschen einfach hier am Theater, die sind alle astrein. Ohne Ausnahmen. Wir sitzen auch ganz oft alle zusammen und wir sind glaube ich alle perplex, wie wir harmonieren. Also ich habe das Gefühl, das ist Don't Platz Blessing. Also wir sitzen zusammen, wir mögen uns, wir sind traumhafte Menschen. Alle. Also von Regisseur zu musikalischem Leiter, zu den Hauptdarstellern, zu dem Ensemble, zu dem Opernchor. Ich habe für alle ganz viel Liebe im Herzen. Ja, ich erwarte, dass die mitgehen und ich erwarte, dass die hier auftauchen im Regenmantel, in den Gummistiefeln oder auch mit dem Sonnenschaum. Und dass die hier sind und dass sie Spaß haben und dass sie einfach einen ganz, ganz tollen Abend haben. Und das erwarte ich von uns, dass wir dem Magdeburger Publikum das bieten können. Und ich glaube, das tun wir. Hallo ihr lieben Magdeburger. Kommt zum Donplatz Open Air 2018 Jesus Christ Superstar. Hier Premiere am 15.06. Läuft bis zum 8.07. Wir freuen uns auf euch. Los Leute, kauft euch Karten. Bis bald!